Neue Woche, neuer Streamplan. Es geht heute los mit Hearthstone. Direkt jetzt im Anschluss an diese Aufnahme starte ich Hearthstone, geht dann bis 18 Uhr und nach einer kleinen Essenspause geht es dann heute Abend weiter 19 bis 0 Uhr mit Dota 2. Dann Mittwoch gibt es 14 bis 18 Uhr Dota, Donnerstag 14 bis 18 Uhr Hearthstone und Freitag noch als Abschluss eine Session von 13 bis 16 Uhr mit Dota 2. Diesmal abends habe ich einige Aufnahmetermine mit GameTube, deswegen passt das nicht mit anderen Terminen, eventuell manchmal noch abends nach den GameTube Terminen vielleicht eine Spontansession, das will ich aber nicht reinschreiben, weil es nicht sicher ist. Und am Wochenende bin ich diesmal nicht da. Nach den letzten zwei Wochen, die ziemlich voll geballert waren mit Streams in der Woche und am Wochenende, diesmal eine gemütlichere Runde. Aber es gibt Videos trotzdem für YouTube und so wenig Stream ist es ja auch nicht. Ich hoffe, ihr schaut auf jeden Fall rein, seid mit dabei. Wollte ich noch irgendwas anderes Wichtiges sagen? Irgendwas war da noch? Mir fällt es gerade nicht ein. Naja, Streamplan ist Streamplan und die Info reicht erstmal. Ich hoffe, wir sehen uns. Bis dann!